In Brasilien haben Sie 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt. Was? Haben Sie mit dem Kaffee gemacht? Verbrannt. Einfach verbrannt. 24 Millionen Pfund Kaffee verbrannt? Das ist Gladweg für eine Verhetzung. Habe ich auch gelesen, aber das kann ich nicht glauben. Das hat dann doch schon der gesunde Menschenverstand, dass sowas gar nicht möglich sein kann. Verbrannt Kaffee, erst in der Weltwirtschaft, hier, bitteschön.